Michael Schumacher zum dritten Mal in Malaysia. Wird er zum dritten Mal hier gewinnen? Das ist die große Frage an diesem Sonntag. Er hat es diesmal nicht nur mit McLaren zu tun, sondern vor allen Dingen mit Ralf Schumacher. Werden wir vielleicht einen kleinen Kampf zwischen euch sehen heute und wie werdet ihr ihn austragen? Also keine Ahnung. Erstmal muss ich da bleiben, wo ich bin und den Rest mache ich mir später Gedanken darüber. Michael, ist es ungewöhnlich, dass die Williams mit Ralf so dicht aufgekommen sind? Ähm, jein. Ich meine, es waren ja zum Glück noch drei Zehntel dazwischen im Qualifying, aber anscheinend haben sie richtig was Gutes gefunden am Auto und wird mit Sicherheit spannend werden. Wir freuen uns auf die Szene, die wir heute im Warm-Up gesehen haben. Viel Spaß, viel Glück heute im Rennen. Also, der große Preis von Malaysia.